Die Podiumsdiskussion hat jetzt die einigermaßen unmögliche Aufgabe, dass einerseits die Diskutanten aufeinander Bezug nehmen können, dass sie die Möglichkeit haben, alle Fragen zu stellen, die im Anschluss an die Vorträge gestellt werden konnten und dass die vier Diskutanten am Podium noch die kleine Frage der Einladung beantworten, nämlich welche neuen Rahmenbedingungen es braucht, um Ungleichheit zu reduzieren und die Teilnahme Chancen für alle zu erfüllen. Und all das in einer knappen Dreiviertelstunde. Also schauen wir mal, wie weit wir kommen. Drei der Diskutanten kennen Sie ja schon, den vierten kann ich Ihnen jetzt auch noch, für die, die mich in diesem Rahmenbedingungen kennen, kurz vorstellen. Erstens, wir kommen in der Pause mit der Selbstvorstellung, er sei der Böse hier am Podium. Peter Putautzig ist Investor, Firmengründer, Künstler und Forscher, derzeit CEO eines Börse, jetzt hätte ich was Böse gelesen, Börse-notierten Finanzkonzern, im Technologiebereich, ist aber auch Wittegründer des Club of Vienna und war ein Freund Robert Riedels. Sie haben mich wissen lassen in der Vorbereitung, was Sie gerne in die Diskussion noch einbringen wollen, ist der Kantillon-Effekt. Lass ich Sie auf den Weg ansprechen? Der Kantillon-Effekt, so benannt nach dem französischen Ökonomen Kantillon aus dem 17. Jahrhundert, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, wollte ich das ganz kurz ausführen und sagen, warum Sie finden, dass das wichtig wäre, in dieser Diskussion auch noch zu beachten. Ich wollte nur sagen, wir haben jetzt, wie beim Fußballspielen, sehr viel darüber gehört, wie groß das Fußball drin ist, warum das Fußball drin rechteckig ist, doch nicht rund, und warum man es nicht sechseckig machen könnte, ob man sechs Spieler oder 200 Spieler aufs Feld schiebt. Also das alles ist sehr interessant und kann man natürlich endlos lang diskutieren. Ich bin hier der Fußballspieler, also ich habe die Regeln, so wie sie sind, zu übernehmen und habe dann mein Spiel zu machen. Und es ist auch interessant, dass heute schon das Wort Spieletheorie gefallen ist. Es gibt eine Spieletheorie und eine Spielepraxis. Also der Fußballspieler am Feld, der beschäftigt sich mit der Theorie, aber sehr viel mit der Praxis, indem er schaut, was da ist. Und nun sind wir auch beim Cantillon, Richard Cantillon, auch ein weithin heute nicht anzubekannter Theoretiker, der etwas gesagt hat, was der Innenheim-Hausstück auch vorgekommen ist, die Fließgeschwindigkeit des Geldes. Er hat das Geld irgendwie mit einer Flüssigkeit verglichen, was sehr viele naturwissenschaftsnahe Denker und Beobachter machen. Das Geld fließt, sagt man. Es fließt dann auf zwei Arten, es fließt Geld gegen Geld oder Geld gegen etwas Reales. Das nennt man die Realwirtschaft, also ich fließe Geld, weil ich eine Dienstleistung erworben habe oder weil ich eine Sache erworben habe. Aber es gibt dann den reinen schuldrechtlichen Aspekt des Geldes, der ist halt auch schon vorgekommen. Da wird einfach ein Wechsel ausgestellt. Und das Lustige ist, niemand traut sich zu sagen, dass unser Geldsystem eigentlich eine staatlich konzessionierte Wechselretterei ist. Das ist so alt wie die Kaufmannschaft. Da gibt sich einen Zettel, wir können uns alle ausmachen, ich gebe Ihnen einen Zettel, da steht ein Millionen Euro drauf, so freut sich, Sie geben dafür einen Zettel, da steht vier Millionen, da frage ich mich wieder. So teilen wir uns alle Zettel auf. Solange wir die Zettel nicht allzu ernst nehmen, wird das irgendjemand, der mich bestört und wir haben ein lustiges Spiel gemacht. Sobald aber einer von uns beginnt, den Zettel ernst zu nehmen und zu Gericht zu laufen, dann sind wir in der Geldwirtschaft, wie wir sie kennen. Und da sind die Zettelbösen, das sind die, die das Geld an sich heranziehen. Und dann schaust du die Guten, die das Geld gerne heranziehen. Und so einfach ist das. Ich kann ja dann jetzt das weiterverbreiten. Ich wollte nur, weil Sie mich bei der Umgebung gebeten haben, der Kandilion-Effekt sagt ja ein bisschen mehr noch als... Wer sagt, dass das Geld, wie jede Flüssigkeit, eine Zähigkeit in sich birgt, und dass es ein Unterschied sei, ob Geld leicht flüssig fließt, von dem, der das Geld schöpft, das ist in unserem Fall jetzt meistens der Staat, der gibt Konzessionen zur Geldschöpfung aus. Und verhindert bei allen anderen, das zu schöpfen. Nicht zu Unrecht ist Wechselreiterei ein Strafdelikt, aber nicht für Banken. Banken dürfen Wechselreiterei betreiben, dort heißt es nur anders, das heißt, das ist für die Wirtschaft. Aber es ist dasselbe. Es ist dasselbe. Und Kandilion hat gesagt, der, wo das Geld herkommt, wenn es sehr zäh fließt, kommt es sehr lange beim Einzelnen nicht an. Das heißt, er hat damals natürlich noch die König, die Bonalsgeschwächter gemacht, wenn der König die Schürfrechte hat, dann kriegt er als erstes das tollen Ideen an, dann zerteilt, das macht aus Münzen, was immer er tut, mit Hilfen und Helfern, die er gut bezahlt. Und diese gut bezahlten Helfer helfen ihm wieder, dem König abzuschirmen, dass die kleinen Leute nicht zu viel von dem Geld haben wollen. Und je komplexer das Regelwerk wird, desto zäher wird die Fließgeschwindigkeit des Geldes. Das ist im Wesentlichen, was Kandilion hat. Und was wir gerade tun, ist auch ständig höhere Zähigkeit zu machen. Und darum wundern wir uns dann, dass nur mehr die ganz großen Big Guys in einem Art Kapitalmarktkürzschluss in riesigen Summen das Geld jetzt reisen lassen, sehr langsam, das geht gar nicht so ständig, wie man glaubt, sondern das geht nur in sehr großen Gruppen. Es wird einmal ein ESM gegründet, vier Jahre, da sind aber schon wieder 700 Milliarden hineingepackt. Und es werden riesige Teams gemacht. Und darum muss man sich mal schauen, was um die Big Guys, dann muss man selber schauen, in welcher Liga spielt man, dann muss man sich die Vorbilder aussuchen, um zu starten, um zu starten, um zu starten. Wirtschaftssystem als Maschine, Wirtschaftssystem als Fußballrecht. Wenn wir jetzt versuchen, uns der auch recht umfassenden Frage der Einladung zu dieser Tagung zu widmen, nämlich welche neuen Rahmenbedingungen es bräuchte, um Ungleichheit zu reduzieren und die Teilnahmechancen für alle zu erhöhen. Als Einspiegel in die Diskussion könnte jeder von Ihnen mir ganz kurz sagen, was fällt Ihnen da als allererstes ein? Was wäre der wichtigste Punkt, um den man sich kümmern müsste, um Ungleichheit zu reduzieren, Teilnahmechancen zu erhöhen? Ist das was, wo Sie anfangen? Ja, ich meine der Prozess der Geldschöpfung ist eine ambivalente Sache. Einerseits ist das ja etwas Positives, das hat es den Banken Wirtschaftswachstum überhaupt ermöglicht, was nicht ginge, um diese Fähigkeit. Auf der anderen Seite, weil Wirtschaften zunehmend an eine gewisse Grenze natürlich heute stoßen, beginnen langsam die negativen Aspekte dieser Geldschöpfung zu überwiegen. Es kommt zu immer mehr Spekulationen. Und jetzt haben wir natürlich auch eine Art Kontrollsystem dieser ganzen Geldschöpfungsprozess über Zentralbanken, das eigentlich nicht geeignet ist, mit der jetzigen Situation umzugehen. Und das heisst, wir brauchen zunächst mal sicher spezifischere Instrumente bei den Zentralbanken. Also das heisst beispielsweise, man kann nicht mehr einfach mit Zinssatz rauf oder Zinssatz runter versuchen, quasi diese Geldversorgung der Wirtschaft zu steuern, sondern man muss zum Beispiel schauen, wo für Geld wird verwendet, welche Bank bekommt den Kredit, und da muss man zum Beispiel spezifischere Eigenkapitalanforderungen stellen. Das heisst, wenn eine Bank eben da eine Kredite gibt, Hypothekarkredit, und es sich zeigt, dass sich da bereits eine spekulative Blase abzeichnet, dann müsste man diese Anforderungen erhöhen. Oder für bestimmte Banken, die eben viele Kredite vergeben in diese Richtung, für die müssen andere Anforderungen geben, als jetzt für eine Gemeinschaftsbank, die es auch gibt, die versucht, irgendwelche sozialen Projekte zu finanzieren, die muss nicht dieselben Bedingungen haben. Und das Problem ist ja, dass wir meistens die Maßnahmen treffen, um ein paar große damit zu adressieren, die aber in Wirklichkeit gar nicht treffen, sondern stattdessen dafür sorgen, dass kleine Banken eine immer größere Bürokratie haben am Schluss, und die Maßnahmen haben gar nicht wirkungsvoll, sich in der Weise, wie sie sollten. Diese ganzen Bestimmungen von Maß 1, 2, 3, die gehen zu wenig weit, und die sind keine Lösung des Problems. Ja, ich spreche ja immer drüber direkt so da rein. Also, Wirtschaftswachstum und Geld, sagen Sie, Geldschöpfung ist notwendig für Wirtschaftswachstum, das bezweifle ich. Ich glaube, auch in den Jahrhunderten ohne Geldschöpfung gab es Wirtschaftswachstum. Ja, und diese Art der Geldschöpfung, wie wir sie jetzt haben, ist ein modernes Phänomen. Aus meiner Sicht ist der zentrale Punkt die Umverteilung. Die Umverteilung, die jetzt stattfindet von unten nach oben, wo eindeutig dieses System ausgerichtet ist auf Renditen. Diese Geldwirtschaft ist eine renditeorientierte Marktwirtschaft. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Und dieser Renditeorientierung hat sich längst der Staat, und in Europa ist mir das egal, ob das nationalstaatlich gesehen wird oder eben als Europäische Union, der Staat hat sich auch dieser Renditeorientierung angeschlossen und ist ein Handlanger dieses Zeitgeistes geworden. Wir alle sind Handlanger des Zeitgeistes. Wir können uns nämlich nicht die Hände einwaschen und sagen, okay, ich bin gut oder schlecht. Deswegen diese Diskussion um, ist das gut, ist das schlecht, die halte ich für verfehlt. Wir sind alle Bestandteile dieses Systems. Auch ich habe eine Lebensversicherung, selbstverständlich. Und auch ich habe Vermögen, selbstverständlich. ich bin Bestandteil dieses Systems. Und deswegen ist die Frage, was wollen wir eigentlich wirklich? Was ich nicht will, ist diese Betulichkeitsdebatte, dass man immer die anderen sieht, die was tun müssten, die Banken, die Versicherungen und, und, und. Es muss wirklich daran gearbeitet werden, breite Kreise der Bevölkerung mitzunehmen. Und das sind eben nicht die Kreise, die typischerweise Bankkunden sind. Deswegen plädiere ich für eine Vermögensteuer, ganz klar, ohne Wenn und Aber. Aber nicht nur das. Ich plädiere auch dafür, um die schon bestehenden extremen Ungleichgewichte zu beseitigen, für eine Vermögensabgabe. Das heißt, die Bestände müssen unverteilt werden. Nicht nur die laufenden Geschäfte. Wenn man sich jetzt vorstellt, da gibt es natürlich in Deutschland Riesenaufschrei, wenn ich das so erzähle, und sich aber vorstellt, dass direkt nach dem Zweiten Weltkrieg eine solche Vermögensabgabe möglich war und auf keinen Fall heute so diskutiert wird, dass das zu Schaden dieser Volkswirtschaft gewesen ist, dann sieht man, welche Potenziale Herr Heschlomann. Applaus Ja, enteignet, ja. Es wird ständig enteignet, es wird aber auch ständig angeeignet, sollte man auch nicht ganz vergessen, nämlich jene, die die anderen enteignen, gründen natürlich Institutionen und das durchzuziehen, ist auch nicht schlecht. Also, jene, die die Enteignung organisieren, leben nicht schlecht oder bei denen kann man sich beteiligen. mich stört das eigentlich nicht. Das ist halt wie beim, bin ich wieder beim Fußball, bin zwar kein Fußballspieler, aber ich weiß, dass jeder sich was darunter vorstellen kann. Natürlich kann man sagen, gut, ich spiele von rechts nach links und ich spiele von links nach rechts, ändert nichts daran, dass der gute Spieler besser spielt als der schlechte Spieler. Und daher mein Appell, macht euch Leute bitte mehr schlau über Vermögensverwaltung in eigener Sache und lasst es euch nicht dauernd von Beamten und von Banken abnehmen, weil die zocken mit eurem Geld. Zockt bitte selber. Abschaffen durch selber zocken oder einfach. Wenn man von dieser kagavitzigen Fiktion sich leiten lässt, dass in den Welten laut der gleichen Fußballspieler denkmöglich ist, ja okay, bitte, aber ändert nichts daran, dass in jeder Formella kann jeder kleine Buch davon träum einen Weltstar zu werden. Das kann er bei eurem Finanzwesen nicht. In meinem Wort gibt es Ausschließlichkeitsregularien, die nach politischer Tunlichkeit vergehen. Und das muss man wieder erklären. Danke, Herr Motschalk. Dazu habe ich weitestgehend eine andere Ansicht aufgrund der Lehre der Ergokratie. Da besteht dazu die genaue Vorstellung, was ist überhaupt besteuerbar. Nicht einmal das, denn besteuern, ich habe dieses Wort nicht gern und es klingt wie besteuern, es klingt wie oder verzinnen, vergolden, versteuern und so weiter. Das sind so Euphemismen und Beschädigungen. Es gibt eine ganz klare Anschauung, was eine Steuer ist, besteuert werden kann nur die aktuelle Ware. Was ist aber die aktuelle Ware? Die aktuelle Ware ist das, was ein Unternehmer über den eigenen Gebrauch hinaus produziert. Denn was, was er über den eigenen Gebrauch hinaus produziert, ist für ihn wertlos. Braucht er nicht. Und wenn das alle so machen, dass jeder mehr produziert, das er selber braucht, dann hat jeder seine Wertlosigkeit, die er irgendwo lagern muss, wo sich er daran interessiert, dass er diese wertlosen Dinge, die ihm nichts sagen mehr, auszutauschen mit der Anderen, die er gerne haben möchte. Das heißt, er möchte die Ware des Anderen. Für ihn hat die Ware des Anderen einen Wert. Und so tauscht man sich untereinander die Waren aus. Das ist der wahre Inhalt der Besteuerung. Wenn man also einen Teil davon dann noch den Staat sozusagen abgibt, weil der Staat durch die Infrastrukturschaffung und durch die Schaffung der Verkehrswege, Energie- und Rechtssystemsicherheit Daseinsvorsorge bietet, ohne die man ja nicht im Staat arbeiten könnte, dann hat also der Staat ein Recht darauf, einen Lohn zu beziehen und diesen Lohn nennt man zivilrechtlich Steuerzahlen. Und jetzt gibt es verschiedene Parteien, die gegen den Staat und gegen die Steuer auftreten, die wollen keinen Rechtsstaat, die wollen alles deregulieren, unter dem Hinweis auf Freiheit ist alles, aber das ist in meinen Augen keine Freiheit, sondern das ist Übermut, Mutwille und Willkür, nicht Freiheit. In einem geordneten Staat, wo es also ein Grundrecht gibt, von Naturrecht her, müssen diese Dinge genau geklärt werden, was ist eigentlich Freiheit, da wird man sehen, dass der Bereich der Freiheit gering ist, nämlich er beschränkt sich darauf, Ware untereinander auszutauschen, jene Ware, die man selber nicht braucht. Und reicht und wird also dadurch geschaffen, dass man möglichst viel produziert und gerecht verteilt. das ist der Inhalt der erogratischen Lehre mit ihren mehreren Sätzen, die da noch hervorgehen. Das ist im Wesentlichen Naturrecht, im Wesentlichen Immanuel Kant, im Wesentlichen Rousseau. Es ist die Befreiung von der Inkettenlegung, die Befreiung davon, selbst nicht bestimmen zu können, was man selber wollte. Das heißt, man ist mündig, wir sind heute unmündig gehalten und mündig bedeutet, sich ohne Anleitung eines anderen, seines Verstandes zu bedienen. Und daran hapert es bis heute. Wir haben also einen Staat, der längst eine Bevölkerung, die sich als Staat verstehen sollte und nicht weiterkommt. Ich würde jetzt gerne Ihnen wieder die Gelegenheit geben, sich an der Diskussion zu beteiligen. Ich habe eine Menge Auseinandersetzungen. Ich versuche sie, die Reihenfolge zu merken. Die erste war da, aber einige hier und einige Sorge. Sie haben gesehen, Sie haben nicht gesehen. Ja, Sie haben nicht gesehen. Das war der erste. Ja, Frau Prinze, ich möchte mich eigentlich mit dieser Reihenfolge, die Ammodium stattgefunden hat, anschließen und ein Statement selber dazu abgeben, weil diese Veranstaltung leistet und die Mechanismen der Weltwirtschaft und mögliche auch verblieben. Frau Schlotten, super, wie ein Vorschlag Kapitalsteuer und Kapitalabtrag, also die großen Vermögen abzutragen. Ich halte es aber immer noch für eine Bombehandlung. Eigentlich das Thema des Tages ist, ich glaube, es sind alle da zusammengekommen, weil wir langsam wieder mal bemerken, dass das System zu kollabieren droht und wir nicht wissen, warum. Wir haben kein Bewusstsein für unser Geldsystem, wir haben ein Geldsystem, die unbewusst geschaffen über Jahrhunderte, wie der Verbindsfanger, ganz gut ausgeführt hat und haben heute ein Geldsystem, das gut entdeckt ist, das nur als Flussgröße funktionieren kann und das scheint auch noch bis zu einem gewissen Zeitpunkt oder dann die Flussbeständigkeit langsamer wird und die Einkommen, also die privaten Vermögen, die extrem groß sind und Geld hat. Armut, Staatsanwalt, Kapitaleinkommen für das Unastetigste überhaupt und für das Zentralkonferenz anzuhören zu stehen. Ich behaupte, solange ein Geldsystem Kapitaleinkommen ermöglicht, ist keine demokratische Gesellschaft möglich als Europas. Kapitalerkommen sind vielleicht kein großes Problem in der Anfangsphase einer Wirtschaftsentwicklung, aber spätestens ab in unseren letzten Zyklus würde ich sagen 1970-71 hätten die Kapitaleinkommen auf Null besinken müssen, sie haben es aber nicht getan. Also hat das Geldsystem damit daran den Anzeigen, dass es Geldbesitzer immer noch und weiter nicht möglich ist, Einkommen ohne Arbeit zu bekommen auf Kosten der Arbeit. Das halte ich für das System bei allen Problemen. Und die Frage ist, ist es möglich, in einem Geldsystem ein Regelmechanismus zu schaffen, der was verhindern kann. Nachhaltig verhindern kann durch seine Rechtskonstruktion. Wir haben heute schon gehabt, Geld ist ein Recht, also ein Rechtsanspruch, den wir schon heute das Geldsystem verhindern. Die Frage ist, wo sind die Fehlkonstruktionen und ist das denkbar möglich, zum Beispiel dieselben Vorschlag und Negativsteuer von Welt, dass das ein Regelmechanismus der sozusagen in einer gesetzten Volkswirtschaft als 1879 ermöglicht, dass kein Kapitaleinkommen mehr anfangen. Dann muss ich nicht die Kapital Vertragssteuern oder Substanzsteuern ausgleichen und bemerkt, dass die Vizepräslein nicht möglich sein. Das sind die Fragen, ich stelle. Danke. Ich würde gerne ein paar Fragen sagen, dass es so viele Wählungen gibt, wir haben es mit jedem, der Herr, der steht. Herr Kutter hat es immer wollte ich sagen, ich habe mich versucht zu informieren, wie ich mit Geld umgehen soll, wahrscheinlich ist das ein Grund, warum ich nie ein Frau. Ich wurde beraten, von Spezialisten, die haben alle erklärt, wie ich jetzt ein Kredit, wie das gut ist, ich muss mein Haus sanieren, das Übliche, was jeder hat. Und jetzt habe ich halt einen Schweizer Frankenkredit im Endeffekt gekauft, das war 2007, State of the Art, ja, so, und jetzt habe ich ein Problem. Also ich habe versucht, mich informieren zu lassen, bin zu Spezialisten, das ist nicht meine Frage. Meine Frage ist, ich bin mehr oder weniger auch Unternehmer, ich habe das Problem, zu beobachten, dass die Einkünfte der Unternehmer, die Umsätze der Unternehmer schwanken, weil ein Projekt funktioniert, aber die Abgaben an den Staat, beziehungsweise die Verwaltungskosten schwanken nicht. Die Beamtinnen und Beamten, bei aller Wertschätzung für diesen Beruf, wir brauchen sie, das sehe ich auch ein, aber die schwanken nicht, die verhandeln jedes Jahr um eine Lohnerhöhung. Wie soll, ich kann nicht jedes Jahr eine Lohnerhöhung verhandeln, als Unternehmer. Das heißt, es wird immer vorausgesetzt, dass die Gehälter der Verwaltung steigen, aber meine Umsätze als Unternehmer für die Begüse selber verantwortlich. Das wird nicht durchsicht genommen, abgesehen davon kann ich nicht, ich muss jedes Jahr einen Abschluss machen, egal wie gut und wie schlecht das vorangegangen oder das vorherige Jahr war. Verstehen Sie, was ich meine? Das heißt, ich zahle für 2014 jetzt ganz viel Steuern, ganz viel Abgaben, 2015 oder mehr schlechten Umsatz, es ist denen wurscht, was 2014 macht, ich kann das nicht ebnen, etc. Für mich ist das nicht reell. Ganz besonders möchte ich mich bei Frau Scholzen bedanken, das war für mich erst nicht ökonom gar nachvollziehbar, wie die renditenorientierte Echtwirtschaft eine steigere Togengleichheit ist ja diese Weisheit mit sich bringt. Als Sozialpsicherer, der sehr viel mit der Verliererseite, der immer stärkeren sozialen Geschichte zu tun hat, weiß ich sehr wohl so im Barwasser von Kate Pickett Gleichheit ist Glück, das kennen fast alle wahrscheinlich, dass dass die Randgruppen, sage ich jetzt, wie die 30% Arbeitslosen in der EU oder die Nationisten oder die oder psychisch Kranke und so weiter, dass die eindeutig immer schlechtere Lebensbedingungen haben, dass die Volkswirtschaft, das weiß auch die Weltbank, schlechter funktioniert bei einer stärkeren vertikalen Geschichte und die Frage ist, warum solche Empfehlungen wie ihre Vermögens Vierentät von der Vermögensbesteuerung so wenig Wählerstimmen bringt, das heißt, warum ist die Visibility der Anhäufung des Reichtums in breiten Schicht der Bevölkerung so gering, warum wählen große Wählergruppen eigentlich eine Finanzpolitik, die gegen ihre Interessen gerechtet ist. Haben Sie dazu was zu sagen? Ich würde schon ganz viel vereinten, einfach eine gute Klinik. Max, ich bin ganz kurz. Also, zur Frau Schrothen bzw. Okay, ich sage es einfach so, der Hauptpunkt scheint mir zu sein, dass die Hoffnung, dass unter Gold oder nicht Ausweitung der Geldmähle in Zukunft besteht, vergisst, dass der große Wachstum immer nur mit Ausweitung der Golde der Siebermengen einsetzt, wo es möglich war oder in Durchbier-Ausweitung. Und auch die modernen Gelder, die jetzt gerade entstehen, also Turin-Kültokarrenzien, mit Bitcoin oder Eta zum Beispiel, sind deflationäre Währungen und werden damit sehr zum großen Problem sein. Hinsichtlich der denkbaren Möglichkeiten der Auswertung würde ich sehr bezweifeln, dass es möglich ist, das nach Sorten zu kontrollieren, weil man das sehr leicht umgehen kann. Der Haupt, einzige Punkt, den ich als Antwort angucken kann und damit komme ich zum Schluss, ist der, dass ich sage, wenn wir nur unter Koalitionären uns drüber unterhalten, wer am Leben bleiben darf, dann haben wir 41 Prozent Tote. Und das ist die Dynamik, die wir derzeit sind. Wir brauchen also eine ökonomische Perspektive, die von allen für alle bedacht ist und nicht ausschließend gegenüber einzelnen Personen. Und dafür zu schaffen Strukturen werden letztlich nur durch Steuern möglich sein, weil das zwingt nämlich auch von dem Kämling Einlandgeld zurück zu transferieren, wenn man hier damit Steuern zahlen muss. Sie wollen. Naja, da ist ich gut mehrmals angesprochen und ich antworte auch mal gleich. Also zu Ihnen, Sie haben völlig recht, meine Ideen finden mich viele Anhänger und sind schwer durchzusetzen. Aber Ihre Idee mit der Abschaffung der Rendite halte ich für mindestens so unrealistisch. Also das ist so. Mit der Vermögenschwelle ist es aber ganz interessant. Es gibt zunehmend Debatten darüber, ob man die nicht wirklich einführen soll. Aber eigentlich nur zur Stützung des Systems. Das ist genau das, was ich versucht hatte auch im Laufe meines Vortrags klarzumachen. Veränderungen gibt es immer wieder nur, um diese Rendite größer als G, also Wachstum aufrecht zu erhalten. Wenn sich das jetzt mantra-mäßig, wird es ja im Moment durch die Medien gejagt, Piketty sagt, also wir brauchen Umverteilung. Wenn sich das rumspricht, dann kann es sein, dass es in Maßen Umverteilung gibt, aber nur um R größer G zu generieren. Weil, das haben wir ja heute hier gehört, die Leute, die viel Geld haben, fragen nicht mehr viel nach, weil sie schon viel Klimbem haben. Also ist es besser, wenn diejenigen, die wenig Geld haben, auch mal ein bisschen Geld kriegen und dann in Nachfrage relevant werden. Das ist aber der ganze Mechanism und die ganze Story. Das heißt, hinter dieser Idee der Umverteilung, so wie sie auch im Zusammenhang mit Piketty und mit den Armutsstudien gebracht wird, steht eine Stützung des Systems, auf keinen Fall ein Systemwechsel und es steht vor allen Dingen in den allerselten Fällen nur eine ethische Fundierung dahinter. Die ethische Fundierung leitet sich ab, wieder aus R größer als G. Also es geht nicht darum, wir wollen, dass Menschen hier besonders gut leben oder sonst etwas. Das ist etwas, was sie nicht hören. Randgruppen, 30% der Bevölkerung sind keine Randgruppen, aber warum gehen die nicht wählen? Weil sie sich verraten fühlen. Wir haben einen renditeorientierten Staat und ich bin eben in der Pause noch mal gebeten worden, dieses Soziale, was auf meiner letzten Folie da noch auftauchte, noch ein bisschen auszuführen. Ich kann mir die Perspektive Deutschlands eben noch etwas klarer machen. Deutschland war das Schlusslicht in der Europäischen Union wachstumsmäßig. Was wurde geschaffen? Ein Niedriglohnsektor. Den gab es vorher nicht. In diesem Niedriglohnsektor, das waren diese sogenannten Hartz-IV-Reformen oder Agenda 2010 unter Schröder unter einer SPD-Regierung. Kein Problem, wurden diese Leute verraten. Also, es wurde ein Niedriglohnsektor geschaffen, ohne Mindestlohngrenze, wurde jeder sozusagen dazu verpflichtet, Arbeit anzubieten, billigst anzubieten, und zwar ohne Rücksicht auf die Qualifikation. Ich kenne viele Akademiker, die in diesen Bereich geraten sind. Mit diesem Mindestlohnsektor ist gar nicht viel passiert, also es ist gar nicht zu nennenswerten Wirtschaftswachstum gekommen, bis 2008. 2008 in der Finanzkrise wurde dieser Mindestlohnsektor sozusagen zum Wachstumsvorteil für Deutschland. Jetzt war dieser Mindestsektor, dieser Minilohnsektor war jetzt auf einmal da und er wurde sozusagen innerhalb des Gefüges EU, wo ja auch nicht Kooperation überwiegt, sondern Wettbewerb, immer noch das alte System, wurde es zum Vorteil. Und was passierte dann? Deutschland hat seine Ideen von Sozialkolitik zum Exportschlager gemacht innerhalb der EU und hat eben gesagt, das müsst ihr auch alle so machen, du brauchst einfach nur großen Mindestlohnsektor und dann habt ihr eben alle diese Exportvorteile. Wohin diese Exporte dann letztendlich gehen sollen, das ist eine Frage für sich. Geldberatung, Unternehmertum, der Unternehmer ist ja deshalb Unternehmer, weil er eben im Prinzip eine höhere Rendite haben will. Unternehmer sind eben vom Typus ist ein Unternehmer kein Beamter. Das ist so. Lässt sich feststellen. Also ein Unternehmer ist ein risikofrückiger Mensch, möchte deswegen aber auch eine höhere Rendite haben. In diesem Gesellschaftssystem wird davon ausgegangen, dass Unternehmer dann auch bereit sind, das Risiko zu tragen. Ich habe Ihnen das hier gezeigt. Die Risiken der Banken waren in der Lage, ganz schnell zu sagen, wir haben ein Riesen Risiko, ein Riesen unternehmerisches Risiko und der Staat ist eingesprochen. Das macht der Staat nur bei Waren, bei normalen Unternehmen nicht. Warten muss man verschleißen. Frau Waren, darf ich Sie aufbitten auf die Fragen, die klar um die Ökonomen gegangen sind? Ja, ich hüpfe hier vielleicht gerade an, was wir nicht gesagt haben. Der Idealfall ist natürlich der, jetzt für Banken oder Finanzindustrie, dass die Gewinne privatisiert sind und die Kosten nachher sozialisiert. Das ist sozusagen das Paradies jetzt betrachtet von der Banken her. Und für die Bevölkerung ist es natürlich umgekehrt und jetzt muss man aber sehen, dass solange die Anreize in einer Wirtschaft so gesetzt sind, dass man sich so verhält, kann man nicht erwarten, dass die sich anders verhalten. Im Moment sind die Anreize nachriff so gesetzt, dass sie sich kurzfristig lohnt. viele Gewinne zu machen und eigentlich die langfristigen Auswertungen zu vernachlässigen. Das hat sich auch nach der jüngsten Finanzkrise nicht geändert. Das ist nach wie vor Und das heißt, man muss auch mal ein bisschen genauer schauen, wie konkret die Anreize gesetzt werden, zum Beispiel auch in der Finanzindustrie. Und da kann man zum Beispiel etwas Interessantes sehen. Wenn wir etwas zurückgehen in der Geschichte, dann sehen wir so in den 20er Jahren in den USA, da haben die Menschen in Banken sehr viel mehr Geld verdient als Rest der Wirtschaft die Manager. Dann kam der Crash 1929 und dann sind diese Gelder sozusagen auf das normale Niveau zurückgeschrubft. Und dann die ganzen 40er, 50er, 60er, 70er Jahre gab es eigentlich keinen Unterschied. Da wurden die immer die Manager im etwa gleichen Bankensektor im Rest der Wirtschaft. Seit den 80er Jahren sieht man einen enormen Anstieg im Finanzsektor wieder wesentlich mehr verdient als im Rest der Wirtschaft und das ist eigentlich genau die Zeit wo auch die Spekulation wieder begonnen hat. Das heißt, da gibt es offenbar einen Zusammenhang, wenn man die Möglichkeit hat, vor allem über Bonuszahlen und viel Geld zu verdienen und letztlich werden ja alle Entscheidungen von Menschen getroffen, auch in einer Bank und die haben immer ganz konkrete Anreize warum sie einen Entscheid so oder so treffen. Und man muss sich nicht wundern, wenn wir im Moment ein solches Anreizsystem haben, dass es dann so rausgeht. Das heißt, man muss sich auch mal überlegen, wie sind eigentlich überhaupt diese Anreizsysteme gesetzt. Und da kommt jetzt würde ich sagen auch etwas hinzu. Weil Banken haben ein riesiges Privileg. Sie haben das Privileg Zugang zu haben zu Bargeld zur Zentralbank und sich notfalls bei dieser zu refinanzieren. Und dieses Bargeld das wie gesagt stammt von der Zentralbank und das hat eigentlich eine öffentliche Funktion zu erfüllen. Das soll eigentlich garantieren dass wir ein Zahlungssystem haben ein Geld das einigermaßen funktioniert. Und für dieses Privileg das die Banken haben das heißt sie nehmen da ja eigentlich etwas in Anspruch was im Staat kommt müssen die Banken auf der anderen Seite garantieren dass sie eigentlich über ihr Gehaltssystem keine perversen Anreize setzen. Und aus diesem Grund schlage ich auch vor es muss eine Art Anreiz Verträglichkeitsprüfung Gehaltssysteme bei den Banken das damit gerechtfertigt ist eben also diesen Eingriff sozusagen in die private Hoheit dass die Banken eben Zugriff haben auf das Geld von der Zentralbank und damit ein Privileg haben gegenüber allen anderen Unternehmen in der Wirtschaft Also auch da müsste man zusätzlich was schaffen Ich habe jetzt noch zwei Worte mehr die zwei gehen sich glaube ich auch nur aus ich nehme die ganz zu einer rechten Ja die Rüfte hat gekommen an Rousseau der heute schon ein paar Mal erwähnt wurde wir sind ja eigentlich in einer Zeit vor der Revolution zurückgefallen Rousseau ich glaube dass die Früchte dieser Erde nicht eingehören sollen an die Erde gehen und dieser Grundsatz bis heute glaube ich mehr denn je wieder aktuell weil wir sitzen hier in Kappel und es wurde ja schon vor vielen Jahren gesagt dass unsere Erde endlich ist also die Früchte dieser Erde auch verändern also insofern möchte ich für einen anderen Kurs nicht Ergokassie sondern für eine Biokassie das wird beforten in einer Ressourcenwirtschaft wo wir für viel Kapital die Natur uns gibt die Biokapazität der Flächen und der Biomasse stößt jetzt an ihre Grenzen und daher greifen wir diese Diskussion und das Geld immer ein bisschen zu kurz Welt da liegt ja eigentlich unser Kaffee ein wenn wir was nicht mehr haben dann werden wir alle freitlich wieder sein für uns Also in meiner Verantwortung für ein Industrieunternehmen zwei Beobachtungen eine Frage die Wirtschaft hatte die Aufgabe die Menschen mit Gütern und Dienstleistungen zu versorgen und ich habe da beobachtet dass wir wenn wir uns nicht gut abstimmen wenn wir nicht den Bedarf der sämtlicher Stakeholder oder an der Wertschöpfungskette beteiligter Menschen kennen wenn wir nicht wirklich miteinander geschwisterlich ins Gespräch kommen dann verzeugen wir über produktion und respektive über produktion und respektive auch wieder unter produktion und deflation also es ist ein ständiges rauf runter rauf runter weil wir nicht miteinander in eine gewisse absprache kommen dürfen zum Teil kartellrechtlich und daher Probleme erzeugen die wir wenn wir die Fähigkeiten dafür bilden würden auch um so richtig abzustimmen vermeiden können und das andere ist wenn man sagt Sparzwang also ich höre bei allen Beiträgen der Zwang entsteht ja wenn wir wenn wir zur Einsicht nicht fähig sind also wenn wir unsere Fähigkeiten nicht bilden und ich bin durchaus auch für eine Vermögenssteuer selbstverständlich es ist irgendwo nicht mehr nicht mehr sehr weit hergeholt nur ich meine dass wir sehr viel Nachholbedarf haben in einer Fähigkeitenbildung und in der Selbsterkenntnis in dem dass wir uns auch befähigen dafür gewisse Einsichten zu lukrieren so dass wir nicht ständig Zwänge oder Forderungen oder Erwartungen zu bekommen haben produzieren müssen an den anderen, sondern dass wir selber in der Lage sind, sozial so miteinander zu kommunizieren und so miteinander in einen Prozess zu treten, der dann dauerhaft auch nicht ständig wieder zu Umverteilungen und Schwennen führt, sondern der dauerhaft Bestand hat. Also das ist mein Wunsch an uns, dass wir entlargen, dass Geld eine Riesenprojektionsfläche ist, dass wenn ich gierig bin, kriege ich es vom anderen gezeigt. Wenn ich geizig bin, kriege ich es vom anderen gezeigt. Wenn ich immer knapp bin, hat das was mit mir zu tun und das heißt, ich muss mich bilden und diese Bildung würde ich wirklich gerne als eine Frage an Sie richten, wo sehen Sie die Aufgaben, die Möglichkeiten der Bildung der Menschen, dass wir zu einem wirklich dauerhaft besseren Ergebnis kommen. Ich darf mit dieser Frage in eine letzte Runde am Podium gehen, wir müssen dann in vier Minuten die Mittagspause gehen, damit ich das alles umgekehrt ausgehe, mit dem Programm gespürt. Die letzten beiden Fragen beantworten, was Ihnen so noch aufgefallen ist in der Diskussion, wie Sie es vom Rechtverkrieg zu machen. Ja, also Sie sagten Biokratie. Mir wurde schon so vieles vorgeschlagen. Es gibt auch eine Biokratie ohne Menge, ohne Ende. Und ich möchte das Problem so vergleichen. Es ist hier eine Menschheit, die ständig scheitert an der Aufgabe, eine Brücke zu bauen, von einem Felsen zum nächsten. Und versucht alles Mögliche und jedes Mal, wenn das Wetter umschlägt, ist die Seile und die Brücke stürzt ab. Da kann ich nur sagen, schlau machen kann man sich nur im Maschinenbau, in der Architektur. Dort gibt es das Ritterschnittverfahren, kein Monoplan, wie baut man eine Brücke, welche Stäbe sind die Zugstäbe, Druckstäbe, wie rechnet man das, man braucht die ganze Mechanik dazu, heißt einsteigen in die Geometrie und stucken, stucken, stucken. Genau das fehlt. Denn hier haben wir genau dasselbe Problem. Es steigt niemand ein in die Problematik des Geldproblems, das so schön beschrieben worden ist von Heinrich Ferber, wie von keinem anderen. Es gibt keinen Autor, der diese Thematik so eindringlich klargemacht hätte. Und das ist so etwas wie Geometrie vom Feinsten. Man hat dann die Grundlagen, um eine Wirtschaft bauen zu können, die Tawul Rasa macht mit allem, was bisher da war. Und wir können dann sozusagen die Menschheit noch einmal neu konstruieren. Und das müssen wir, je früher, desto besser beginnen. Denn sonst stürzen wir wirklich ab. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Okay. Heinrich Ferber lesen. Anula Rasa macht mit dem Chef neu konstruieren. Dr. Walshle. Ich würde davon nahmeln, den Menschen wieder einmal neu konstruieren zu wollen. Ich habe sehr viele Punkte gekostet. Aber ich möchte noch zwei Angelegenheiten an den Kollegen, Dr. Fredster, Entschuldigung. Erstens, wenn man einen Bankberater fragt, kriegt man die Meinung, was für die Bank gut ist. Zweitens, wenn ich nicht so mühselig ist, Unternehmer zu sein und es keinen Spaß macht, werden Sie behauptet. Oh, 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 das wird aber sehr vermehrt. Es wird nicht so leicht werden. Ja, das ist, ja genau das, danke, habe nicht zu machen. Aber selbstverständlich sehen wir dort, dass es da schon wieder Privilegien gibt. Der eine kann es werden, der andere nicht. Da gibt es natürlich nicht normales diskutieren. Aber es ist ebenso. Es gibt für alles immer Abgrenzungen. Und die Kunst oder der Sport oder was immer Sie mögen, ist eben für das Richtige die richtige Methode zu suchen. Ich bin Künstler und ich Maester. Fürs Geldverdienen kann ich kein Künstler sein. Ja, warum eigentlich? Warum kann ich denn eigentlich nicht als Künstler Geld verdienen? Gibt es durchaus auch welche. Ja, das ist eine Sache für sich. Also, das ist eine interessante Fragestellung. Er hat übrigens einer meiner, ich hatte eine tolle Ausbildung damals an der FU Berlin bekommen, also da ging es vom Marxismus bis absolute neoliberale. Und Werner Komeren ist einer meiner großen Profs gewesen, bei denen ich unterrichtet wurde. Und der hat eben über Kunst und Geld sehr viel gemacht. Ich fand das einen sehr guten Hintergrund, eine sehr gute Bemerkung.